Carlos, der kann das ab, der hat schon zwar ein paar Dellen am Kopf, aber der ist hart im Leben. Wir haben vorher eine Pfeife zusammen geraucht, also alles gut. Achso, ihr seid breit, ja? Was geht, Jack? Ja, nix. Ich bin so klar. Ich bin so klar. Er hat, ja, ne? Ich sag ja nur Business, ne? Manchmal dauert das so ein bisschen länger. Ja, ich weiß nicht. Jack, wie geht's dir? Ja, ein bisschen müde, aber... Ja, mal schön wie ein... Erstmal schön an durch die Blumenwasser durch. Das war richtig so. Ich bin ganz frei. Weiter, ich versuche mich mal kurz dazwischen... Oh, ey. Aber Carlos, was ist los? War das eigentlich mit dir nicht in Ordnung? Grün ist schon eigentlich eine coole Farbe, ne? Ja. Aber dieses Schimmelgrün da... Ey, das ist Giftgrün, sei bloß ruhig. Das ist Giftgrün, Mann, das ist ein schönes Grün. Hallo? Ja, da gibt's schon echt auch so. Ja, aber es gibt Autos, bei denen sieht das echt scheiße aus. Und die G-Klasse ist einfach nicht dafür gemacht, dass... Ach, hör auf. Du bist zwar der beste Tuner der Welt, ne? Du bist zwar getönte Scheiben. Du bist zwar getönte Scheiben. Alten Bubble, Alter. Ja, getönte Scheiben wollte ich auch noch machen, aber... Wenn man das Ding sieht aus wie so ein Bus, ey, und du holst kleine Kinder ab, äh, so sieht das Ding gerade aus. Ja, kannst du mal sehen, ne? Okay, der eine so, der andere so. Warte, ich stelle mal eben hier den Haufen dazwischen, ne? Damit man das grüne Elend dann nicht so sieht. Wenn der Scheint trügt, ne? Ich sag immer, wenn ich mein Bestienotten gehe, hey, hier ist Peter Hammer mit 2M. Okay. Und dann weißt du, dann gucken. Tüdele. Hallo, hallo, hallo. ja was wir ein was geht ab wie geht es dir ich bin peter haben will zwei richtig und dann weiter ich habe den besten apfelsaft von ganz flensburg ich wollte was sagen wir haben apfelsaft rein wird man abgab haben wo ich rein die das ist was ich da port wo ich gehen muss tschüss ich sag sie wollen die kohle müsste bei tobi lachs reindrücken nein bitte nicht wieso nicht du hast du gesagt du brauchst kohle ich habe mir das anders überlegt ach komm jetzt ich kann dir die kohle stoppen kommt einer angeboten die kohle hallo die kohle wo das papier die augen zuhören nein nein jetzt kommt check achtung ja 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 ich sehe ja ich sehe läuft so jetzt begrüßt mal jack und zwar machen wir jetzt hier ein special für jack weil ist ja wieso ich habe gar nicht gemacht ja auch für den zum scheiß auf jeden fall weil er erstes mal ist jack da und zweitens ist mit der seifenkiste umgekommen ich habe ja gewesen und sie werden eigentlich schwer leute mal ein Oh ja, Tobi. Oh ja, Tobi. Ich habe ihn nicht bezahlt. Ich weiß nicht, was er tut. Jawohl. Ivan, ich will mal ganz kurz nach meinem Friseur. Ja, aber... Vielleicht kriegst du Augenkrebs bestimmt. Okay, ja, ist gut. Aber mach schnell. Jo, ich flitze mit, ich flitze. Jo, äh, wie, was? Neuer Lachs? Ja, der hier. Ach du Schande. Ja, wir haben jetzt Partner-Look. Siehst du, das ist ihr neue Lachs. Sie hat sich auch so eingekauft. Ja, jetzt habt ihr hier... Okay. Oh, da ist... Da ist sie ja... Ey, aber der steht ja unten an da. Der steht ja unten da schon an hier. Ja, das ist ja auch ein Arbeitstier. Weißt du, die Stoßstange ist zum Stoßen da. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass du surfen kannst. Kann ich auch noch nicht, aber ich will's lernen. Ah, okay, okay. Da hast du schon mal so eine Surfbrette, ne? Ja, das geht auch gut im Steinbruch, wenn du dann hier oben hinstellst. Dann kannst du damit auch so runterrodeln, weißt du? Ja, das ist ein hartes Rodeln. Ja, ja, ja. Erstmal zum Warmwerden, ne? Genauso trockene Übungen, ja. Das freut mich, da bist du ja öfter dann im Steinbruch. Schön. Ja, 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 ja. Wir kommen auf jeden Fall gleich rein. Aber ich wollte, wie gesagt, ich wollte ja bloß die Partner. Meiner ist, das sieht man so ein bisschen schlecht, weil so dunkel ist. Meiner heißt so ein Meerblau, so ein bisschen. Ja. Madame hat das typische Rot. Ja, das ist doch super. Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn wir jetzt sowieso hierher wollten, dann können wir die Lachse immer präsentieren, damit du uns dann auch erkennst, weißt du? Ja, ich find's absolut schön. Wie viel fällt denn der Lachs? Du, also mit Anschwung, also ich hab Turbo 4 drin, ich hab V8-Motor drin, kommst du so auf 170. Ja, die Büchse hält das aus, die fällt nicht auseinander. Nein, ich hab extra Sportfahrwerk und Sportbremsen drin, sonst kannst du nicht mehr anhalten und dann kippst du da hin und wieder so ein bisschen um, weißt du? 45 Grad Kur, das ist ja wie beim Motorradfahrer, nur andersrum dann. Jawohl. Auf jeden Fall hast du ein gutes Los, habt ein gutes Los gezahlt. Ja, aber das ist ganz cool auf jeden Fall. Ich find den, ich find den schick. Ja, sagt was, den findet auch nicht jeder. Was ist denn das für ne Limo, ist das deine? Das ist die Limo von Brian. Wir haben den Fafördienst gemacht. Ja, wir haben heute, die Damen werden gratis abgeholt und wieder nach Hause gefahren. Ja, und die Herren, die müssen halt bezahlen, 5000, das ist halt immer so. Ja. Wir haben heute freien Eintritt, ne? Hast du gestern gesagt. Ja, ja klar, hier sowieso, ihr beiden. Hier kommt 4-Free rein. Ja gut. Hast du noch irgendwas dabei, was dieses 4-Free behindern könnte? Wie meinst du? Zu wenig Geld für die Dresen meinst du? Nee, weil ich hab die Waffe grad weggepackt. Achso, ich müsste kurz durchsuchen lassen, ja? Ja, ja, das ist ja gar kein Thema. Weißt du, für dich lass ich immer gerne die Hose unter. Aber nein, ich meinst du nicht für mich. Du kannst dich, also wie gesagt, Katie ist ja da. Du kannst dich von der Katie durchsuchen lassen. Und Harry, wenn du möchtest, du darfst dich auch von der Katie durchsuchen. Nee, ich glaube, durchsuchen. Das ist immer nicht. Kriege ich dann doch gleich Schläge, ja. Ja, wir sehen uns gleich drinnen. Ja, alles gleich. Ja, alles gleich. Wehe und Blut. Ich hab so viel Blut verloren. Wir haben erstmal deine ganzen Organe da alles abgeklemmt, die Extremitäten. Weil du so viel Blut verloren hast überall. Und dann hat er angefangen den Kopf zu... Da war alles komplett, war durch. Nehmen wir mal an, er hier wäre gestorben. Ja. Und du hättest überlebt. Ja. Weisst du, was ich dann gemacht hätte? Dann wäre ich der DJ. Nee, du wärst mit Blockflöte dann vorbeigekommen, das sag ich dir. Ja, das kann ich gut. Du recht. Ja. Das ist besser, glaube ich auch. Der Tom kann gut die Flöte blasen. Die DJ Tony, von wo weisst du das? Also welche Flöte jetzt? Die Musik rauskommt oder die andere Flöte? Die Fleischflöte. Mensch du. Also mit sowas hab ich gar nichts zu tun. Ah, jetzt weiss ich auch, wieso er so schnell an seinen Heli gekommen ist, ne? Ja, ja, ja. Schlimmer Finger, ne? Tobi. Ja, für'n Heli kann man schon mal was machen. Aber nix kommt nix. Wir protestieren. Ihr protestiert. Ich weiß nicht, wieso meine Keule rausholen, ob sie dann was machen. Wieso? Das ist doch ein Waffenschein. Kommt auf die Keule an welche du rausholst. Und heute wurde ich hier im Steinbruch auch angesprochen, ey, du bist doch der, der mich letztens geschlagen hat, ey, was? Einen wunderschönen guten Abend, Herr. Einen wunderschönen. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Na klar. So weit, so gut. Wenn wir Sie sehen, geht es uns noch viel besser. Ja, Herr Deluxe, das geht mir ebenfalls so. Und wenn Sie noch Kaffee dabei, hätten wir es noch besser. Äh, nee, den habe ich tatsächlich nicht dabei. Ich habe in meinem Streifenwagen immer so eine kleine Tassimo-Maschine, aber das ist der Streifenwagen von Herrn Lütz, habe ich leider kein Kaffee dabei. Oh, ja. Oh, ja. Ich kann mir den Luxus gar nicht leisten. Noch nicht, noch nicht, ne? Ich komme einfach so in die Mitte des Kreises hier. Ja, klar. Ähm, ganz kurzes Anliegen, ich brauche einmal von allen hier den Ausweis. Wenn man heute mal eine allgemeine Personenkontrolle. Ach so, ja, klar. Also geht auch der Führerschein? Ja, der Führerschein geht auch. Ja, ich fang mal hier drüben an. Neue Lüchse können ja schon mal zu mir kommen. Jetzt bist du schneller, wenn das drei Leute machen. Richtig, genau. Teilt euch ein bisschen auf. Ja. Ja. Ja, Führerschein geht auch. Ja, Führerschein geht auch. Ja, Mann, dann ist der schöne Kreis kaputt. Ja. 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 Du kannst dir sagen, was du willst, das Lied ist geil. Das ist super. Das fändst dir richtig die Glocke, Alter. Das ist super.